Geheimdienste können offenbar noch tiefer in die Privatsphäre eindringen als bisher bekannt. Die meisten Verschlüsselungssysteme stellten für die amerikanische NSA oder den britischen GCHQ keine Hürde dar, berichten die New York Times und der Guardian. Sie berufen sich dabei auf Dokumente des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Snowden. So hätten beide Dienste große Fortschritte beim Knacken sogenannter SSL-Technologie erzielt. Damit werden geschützte Verbindungen zum Beispiel beim Online-Banking hergestellt.